Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Laura und es gibt heute von mir einen Fashion Try-On Haul. Das haben sich sehr viele von euch gewünscht. Mal schauen, vielleicht werde ich auch in nächster Zeit ein Lookbook machen, aber diesmal seht ihr wenigstens schon mal die ganzen Sachen, die ich gekauft habe und wie sie angezogen aussehen. Legen wir mal los! Ich fange jetzt mit ein paar Teilen von dem Online-Shop Naked an. Die haben mir netterweise ein paar Sachen zugeschickt. Die haben mir jetzt kein Geld gezahlt oder so, aber ich durfte mir 10 Teile aussuchen. Und dafür kriege ich auch einen Coupon für euch. Also wenn ihr irgendetwas nachkaufen möchtet oder falls ihr irgendwas auf der Seite gesehen habt, mit dem Code LauraLare, weil ich schreibe ihn hier mal hin, bekommt ihr 20% Rabatt auf den Online-Shop. Ich habe mir erst einmal zwei Pullis ausgesucht, weil ich Pullis einfach über alles liebe. Ich kann schon nicht mehr darauf warten, bis es endlich kalt genug ist und ich endlich wieder Pullis tragen kann. Ich habe mir jetzt hier als erstes so einen Trend-Pulli ausgesucht. Also hier mit den Flammen. Ich meine, mit Flammen sieht man irgendwie zur Zeit überall. Und ich hatte irgendwie nichts. Wer von euch hatte diese, waren das Plateau-Schuhe? Auf jeden Fall waren es so Buffalo-Schuhe mit Flammen drauf. Meine ältere Schwester hatte die in beige mit Flammen drauf. Die waren einfach mega, ich sage es euch. Und deswegen habe ich mir diesen Pulli ausgesucht. Ich finde ihn ganz cool. Ich mag zwar lieber Kapuzen-Pullis, aber so einen Crewneck kann man auch nichts gegen sagen. Und ich habe den in der Größe L. Und der sitzt auch eigentlich ganz gut. Ist halt sonst einfach schwarz. Kann man nichts gegen sagen. Große Liebe. So kuschelige Pullis. Und dann habe ich mir noch einen Pullover ausgesucht. Der hier ist jetzt ein Hoodie, wie ihr sehen könnt. So mag ich es auch am liebsten. Und ich mag den Schriftzug sehr gerne, weil der hat hier auf den Ärmeln stehen. The future equals female. Und das ist ein Spruch, wo ich sehr hinterstehe. Deswegen freut es mich sehr, dass es da so draufsteht. Das ist halt auch in dieser... Ich weiß gar nicht, wie man diese Schrift nennt. Die sieht man ja zur Zeit auch eigentlich überall. Ich sage einfach mal die ganzen Größen dazu, damit ihr euch das ungefähr vorstellen könnt. Den habe ich auch in Größe L. Dann habe ich mir ein Sweatshirt ausgesucht. Und ich habe gesehen, dass es bei Naked zur Zeit sehr viele Sachen mit so Schlangen drauf gibt. Und ich dachte, einfach so ein Langarm-Shirt mit hier so einer roten Schlange auf dem Arm. Sieht ganz cool aus. Habe ich ebenfalls in Größe L genommen. Ich weiß nicht, was man da noch großartig zu sagen kann. Ich mag das echt ganz gerne. Und ich muss sagen, ich habe mir das ausgesucht, die ganzen Sachen. Und dann kam erst das Video von Tyler Swift. Und da ist ja auch irgendwie ganz viel mit Schlangen. Und das ist ja jetzt quasi ihr Ding geworden, diese Schlangen. Ich weiß es nicht. Ich stehe ja eher hinter Nicki Minaj in North Roads. Da waren überall Schlangen auf hier drauf. Und da sehe ich, die sagt doch auch irgendwas in dem Text, oder nicht? Ja, solche Sachen regeln mich auf. Deswegen muss ich das jetzt nachschauen. Ich liebe dieses Lied so sehr. Ask Miss Ellen. Okay, das war jetzt richtig unnötig. Aber ich liebe dieses Lied. Ich weiß nicht warum, aber an meinen Ohren halten Kreolen so schlecht. Also ich kann einfach so die mir selbst so aus dem Ohr rausnehmen. Die habe ich übrigens von Primark. Da werde ich auch sehr oft gefragt, wo meine Ohrringe her sind. Die sind einfach von Primark. Haben irgendwie zwei Euro oder so gekostet. Machen wir mal weiter. Ich habe mir hier noch so einen Top ausgesucht. Ich habe mir hier so einen One-Shoulder-Top ausgesucht. Besteht aus nicht viel Stoff. Ich dachte, das ist so ganz cool. Ich weiß nicht so genau, wie ich das finde, weil das ist halt durchsichtig. Und ich wollte das eigentlich ohne BH tragen, weil es ist halt One-Shoulder und ich will nicht, dass hier so ein BH-Strap rausguckt. Deswegen, ja, ich weiß nicht. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem tragen, aber ich finde es ein bisschen schade, weil der Stoff ist halt wirklich richtig dünn. Also guck mal, ihr seht mein Gesicht hier durch. Dann eine schöne Bluse. Die ist aber extra beabsichtigt, durchsichtig. Also da werde ich auf jeden Fall... Eigentlich kann man da dieses Top ganz gut drunter anziehen. Mal schauen. Ähm, ich habe nämlich so eine Bluse bei Amanda Steele gesehen. Das hatte sie in irgendeinem Video an. Und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie brauche ich diese Bluse in meinem Leben. Und da sind diese ganz feinen Pünktchen drauf. Meine Schwestern waren irgendwie beide so, okay, hätten wir nicht gedacht, dass du dir sowas aussuchst. Weil ich irgendwie nie so Blusentrage habe. Ich habe mich einfach angesprochen. Und das ist ebenfalls in der Größe L. Okay, ich habe mir diese Hose hier ausgesucht. Die nennt sich High Waist Tapered Pants. Und ich finde, die sehen echt cool aus. Die sehen auch im Bild cool aus und so weiter. Und ich habe die in der Größe 40 gekauft. Und das ist mir leider zu klein. Die hat so einen etwas festeren Stoff. Also so ein bisschen so eine Anzughose. Aber die bekommt meine ältere Schwester. Sie hat die schon anprobiert. Und an ihr sieht die unglaublich gut aus. Deswegen habe ich ihr schon versprochen, bekommt die diese Hose. Sie geht leider bei mir gar nicht zu. Also es ist ein Reißverschluss an der Seite. Und ich kriege den leider nicht zu. Ich muss mal schauen. Vielleicht hole ich mir die nochmal, wenn es die größer gibt. Weil ich glaube, die größeren Größen waren ausverkauft. Ich werde mir die dann einfach nochmal bestellen. Oder so, weil ich die echt vom Stoff und vom Schnitt und so weiter echt gerne mag. Dann habe ich mir eine Samthose gekauft. Die finde ich eigentlich so vom Sinn und so weiter finde ich die ganz cool. Ich finde auch, dass der Stoff ganz cool aussieht. Aber die sitzt irgendwie an mir ein bisschen komisch. Also irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie ist der Schnitt auch so ein bisschen merkwürdig. Weil sie zwischendurch wieder enger und dann unten wieder lockerer wird. Ich weiß nicht, ob mir das so hundertprozentig zusagt. Die habe ich mir in der Größe XL ausgesucht. Jeden Tag ist jetzt ein Sonntag. Tanz links, rechts, so wie Van Damme. Rap, diggi, diggi, bam, bam. Wenn deine Nachbarn gute Musik hören. Dann habe ich mir noch eine ganz coole Hose ausgesucht. Und zwar hat die so einen Glitzerstoff, wie ihr sehen könnt. Und die habe ich bei Miss Bella gesehen. Sie hatte, glaube ich, ich glaube, das war sogar mal auf A Glow. Hatte sie so einen Anzug an. Halt eine Hose mit einem passenden Shirt aus diesem Stoff. Und ich glaube, das war so ein Rostrot ungefähr. Da habe ich gesehen, dass es die bei Naked gibt. Und ich finde die echt cool. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss sie gleich nochmal anprobieren. Irgendwas hat mir daran... Ach, die ist ganz eng an der Taille. Das war es. Ich finde die an den Beinen und so gut. Aber die ist an der Taille leider richtig eng. Und überhaupt nicht stretchy. Also, wie ihr seht, man kann es da überhaupt nicht dehnen. Das finde ich ein bisschen schade. Weil halt sonst der Stoff wirklich dehnbar ist. Hier am Bein, wie ihr sehen könnt, ist es schon dehnbar. Und an der Taille ist es wirklich extrem eng. Also, ich komme da rein. Aber Atman ist da leider dann nicht so drin. Und die habe ich ebenfalls in der Größe L geholt. Und als letztes mein Favorit. Eine Jogginghose. Also, ich liebe zur Zeit Jogginghosen. Und da habe ich mir diese schwarze hier ausgesucht mit roten Streifen an der Seite. Zwei Stück. Also, es sind keine drei. Keine Adidas verarsche. Die sitzt irgendwie extrem gut. Das hätte ich gar nicht gedacht. Weil oft sind mir Jogginghosen irgendwie zu lang. Und sammeln sich dann unten irgendwie zu sehr an. Und sitzen irgendwie unvorteilhaft oder so. Aber diese gefällt mir echt gut. Und dann hat sie eine Fake-Tasche. Da passt leider nichts rein. Die Hose gefällt mir echt gut. Und die ist ebenfalls in der Größe L. Das waren die Sachen von Naked. Wie gesagt, mit dem Code Laura Lareva kriegt ihr 20% Rabatt. Und jetzt machen... Ah, nee. Ich habe etwas vergessen. Ja, ja. Ein Accessoire habe ich mir ausgesucht. Und zwar habe ich mir nochmal Kreolen bestellt. Und zwar sind das richtig riesige. Ich zeige es euch mal. Oma beobachtet mich beim Videodrehen. Hier seht ihr die beiden im Vergleich. Also, die sind ein kleines Stück größer. Die liegen auch schon fast auf den Schultern. Also, wenn ich irgendwie meine Arme hoch mache oder so, dann komme ich halt dagegen mit den Schultern. Ich liebe die Dinger. Die sind aber eher so ein bisschen... Rosé-Gold oder so. Also, die sind nicht ganz so Gold. Ich bin einfach so ein richtiger Gold-Schmuckträger. Ich weiß nicht. Silber oder Rosé-Gold sagt mir einfach nicht so zu. Bei mir muss es irgendwie Gold sein. Das war es mit Naked. Jetzt komme ich zu den anderen Sachen. Ich kaufe eigentlich selten ein. Also, ich bin auch nie so ein Mensch, der irgendwie auf einmal viel kauft. Es sind einfach so ein paar Sachen irgendwie in den letzten Monaten zusammengekommen. Und die habe ich teilweise online bestellt, im Laden. Und das sind ganz viele Sachen, wo ihr mich ständig danach gefragt habt, woher die Sachen sind. Deswegen zeige ich euch das hier mal alles. Und fangen wir an mit dieser Jeansjacke. Die seht ihr zurzeit auf allen meinen Instagram-Bildern. Ich weiß nicht, ich trage die einfach nur noch gefühlt. Und die habe ich tatsächlich bei Primark gekauft. Hier, wie ihr seht, komplett zerschlissen auf dem Rücken. Ich mag das so gerne. Auch an den Armen ist die relativ kaputt. Und das gefällt mir echt gut. Wie gesagt, habe ich bei Primark gekauft. In der Größe 40. Und die hat 25 Euro gekostet. Und ich habe einfach nirgendwo anders so eine vom Style gefunden. Weil ich habe so eine in Dunkel. An die können sich vielleicht einige von euch auch noch erinnern. Die habe ich nämlich von Shein Malt so geschickt gekriegt. Und ich wollte auch gerne eine in der Jeansfarbe haben. Und deswegen war ich sehr froh, als ich die bei Primark gefunden habe. Am Anfang hat sie unnormal chemisch gerochen. Ich meine, ich kann mich nicht beschweren bei diesem Preis. Und da habe ich die auch in die Wäsche getan. Das hat sie auch überlebt. Deswegen, ich bin sehr froh über diesen Kauf. Und dann habe ich noch eine Jeansjacke gekauft. Und zwar ist die eigentlich vom Schnitt und so weiter sehr gleich. Also auch hinten ist sie relativ kaputt. Nicht ganz so krass, aber hat auch hier so ein Riesenloch. An den Armen sind so ein paar Teile kaputt. Und irgendwie an den Händen hängen so Riesenteile runter. Ich habe das schon ein paar Mal abgemacht. Aber irgendwie geht das immer wieder auf. Die habe ich bei Zara gekauft. Und das ist jetzt auch noch nicht so lange her. Also ich habe die, glaube ich, vor einer Woche oder so gekauft. Und die hat, ich meine, 45 Euro gekostet. Ein bisschen mehr, wie ihr seht, als bei Primark. Und ich liebe einfach diese Farbe. Ich habe einfach in letzter Zeit Rot wieder so voll für mich entdeckt. Die hat eigentlich so ein bisschen diese Jeansjacke abgelöst. Weil irgendwie habe ich die die ganze Zeit getragen. Und dann habe ich mir die gekauft. Und jetzt trage ich die nur noch. Ja. Wie gesagt, von Zara. Und die gibt es auch noch in Gelb. In Gelb finde ich die auch ganz cool. Habe ich mir auch schon näher angeguckt. Aber dann dachte ich mir, okay, du hast schon so viel Geld für die eine ausgegeben. Machen wir mal weiter mit noch einem roten Teil. Die habe ich bei New York, glaube ich, im Sale gekauft. Die Hosen gibt es aber, glaube ich, auch in relativ vielen Geschäften zur Zeit. Bei H&M habe ich die auch gesehen. Ich glaube, 5 Euro im Sale bei New York hat sie gekostet. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe sie auf jeden Fall mitgenommen, weil sie fast nichts gekostet hat. Und die habe ich in der Größe XL gekauft. Ich mache da mal mit Asos weiter, weil ich da ein paar Sachen bestellt hatte. Das Teil habe ich schon ein bisschen länger. Aber da wurde ich auch sehr oft nachgefragt. Das ist eigentlich von Missguided. Aber halt bei Asos bestellt. Das habe ich in der Größe 42. Und das ist halt so Hälfte, Hälfte. Hier ist so ein Netzstoff und hier komplett schwarz. Gefällt mir richtig gut. Das hatte ich wirklich schon so oft an. Ich habe das auch sehr oft mit dieser Hose hier, die ich an habe, getragen. Hier mit dieser Hose hier. Die seht ihr auch sehr oft bei mir. Und damit zusammen gefällt mir das richtig gut. Dann habe ich so ein bisschen so eine Anzughose geholt. Die ist von der Asos Eigenmarke. Die hat halt so einen Anzugstoff, aber die ist relativ locker geschnitten. Also wie ihr seht, schon sehr breit. Vorne hat sie halt Querstreifen und hinten Längsstreifen. Ich wollte eigentlich, dass es komplett so ist. Ich habe aber leider irgendwie keine gefunden, die mir so zugesagt hat. Der Knopf geht die ganze Zeit auf. Und ich finde auch, dass sie sehr schön sitzt. Die ist hier so gerafft irgendwie. Und das gefällt mir sehr gut. Sagt mir sehr zu. Habe ich auch schon einige Male getragen. Ja, ich habe irgendwie in letzter Zeit teilweise ein bisschen mehr für Klamotten ausgegeben. Also ich habe dann gedacht, okay, dann bezahle ich jetzt mal ein bisschen mehr. Aber ich habe halt so Sachen gekauft, wie diese Hose, die ich wirklich abgöttisch liebe und nur noch tragen könnte. Deswegen hat sich das für mich gelohnt. Dann habe ich mir zwei Teile vom The Weekend Merch gekauft. Da gab es nämlich ein paar Sachen bei ACES. Einmal dieses T-Shirt. Da hatte ich so einen Kommentar unter dem Video, ob ich Ghost Merch anhabe. Also das ist irgendeine Metal Band oder so. Die haben scheinbar so ähnliches Merch, der so aussieht. Ich weiß es nicht. Aber nein, das ist The Weekend Starboy Merch. Hier seht ihr. Hinten steht XO drauf. Und das war sogar relativ teuer. Das war im Sale und hat trotzdem irgendwie 40 Euro oder so gekostet. Ich weiß nicht. Ich brauchte einfach The Weekend Merch in meiner Kollektion. Wie ihr seht, ich trage einfach so Merch von meinen Lieblingskünstlern voll gerne. Und das habe ich in der Größe M gekauft. Und dann habe ich noch ein Langarm Shirt gekauft. Das habe ich auch ebenfalls in der Größe M geholt. Und da ist halt dieses Bild drauf. Und auf den Armen steht Starboy. Genau. Das habe ich bisher noch nicht getragen. Aber ich glaube, sobald es ein bisschen kühler wird, werde ich das häufiger tragen. Hinten steht in Gelb diesmal XO drauf. Und dann habe ich noch so ein Langarm Shirt geholt. Das ist aber, ich weiß nicht, ich mag, wie das geschnitten ist. Ich wollte gerade so dieses Shirt zeigen. Und dann sehe ich, dass es einfach mal komplett zerknittert ist. Das ist eigentlich wie so ein Pulli geschnitten. Aber es ist gleichzeitig dünn. Also es ist oben halt auch hier so abgenäht. Genauso wie an den Ärmeln. Das mag ich irgendwie lieber. Und das hier ist von der Marke Wasted. Das habe ich in der Größe L geholt. Und da ist einmal so ein Röschen drauf. Auf den Armen steht Violator. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Mir ist das irgendwie am Anfang nicht aufgefallen. Und dann habe ich es realisiert. Es wird leider gerade ein bisschen dunkel, weil es ist schon halb neun. Und ich drehe hier draußen. Aber ich dachte, irgendwie draußen ist es ein bisschen cooler als in meinem Zimmer. Auf den Ärmeln steht Violator. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Aber ich mag das so. Das sieht ganz cool aus. Ich mag den Style gerne. Ich trage das einfach mit einem Shirt, das man bei Leder nicht sieht. Ich weiß es nicht. Dann habe ich mir diese Hose gekauft bei Zara. Und da haben mich so viele Leute danach gefragt. Seitdem ich sie getragen habe, werde ich wirklich bombardiert mit Fragen. Das ist einfach so eine Culotte. Also aus so einem Stoff. Ganz weit. Ich habe die in der Größe XL gekauft. Und die macht man halt so an der Talie zu. Und ich liebe diese Hose so sehr. Ich trage die auch wirklich so oft. Zu oft eigentlich. Und ja, die ist von Zara. Hat glaube ich 26 Euro gekostet. Jetzt irgendwann, wenn es kälter wird, werde ich die nicht mehr so tragen können. Weil die halt wirklich so richtig locker und leicht luftig ist. Also für den Sommer perfekt. Aber für den Herbst schätze ich eher weniger. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Teil. Und zwar habe ich mir bei Monkey eine Hose gekauft. Ich habe mich direkt verliebt. Die habe ich in der Größe L gekauft. Und ich hatte die schon in M anprobiert. Aber da waren mir die so ein bisschen am Oberschenkel zu eng. Und ich wollte die lieber ein bisschen lockerer haben. Und das war nämlich in Berlin. Und da gab es L nicht mehr. Und dann habe ich in Hamburg die Größe L gefunden. Und ich mag das richtig gerne. Also hier ist so ein dunkelroter Streifen. Und nochmal so weiß dran. Und die ist halt einfach gerade geschnitten. Also es wird nicht lockerer oder enger irgendwo. Sondern einfach komplett gerade geschnitten. Die habt ihr auch auf einem Instagram-Bild von mir gesehen. Die habe ich nämlich direkt getragen, nachdem ich sie mir gekauft habe. Und ich mag diese Hose sehr gerne. Meine Schwester hat sie anprobiert. Und sie so, oh mein Gott, das ist so eine Hose, wie ich früher getragen habe. Also so ein bisschen so 90s-mäßig. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich werde diese Hose sehr auftragen. Das weiß ich jetzt schon. Und das war mein Haul. Das sind so die Sachen, die ich in der letzten Zeit gekauft habe. Jetzt sind mir gerade schon Sachen eingefallen, die ich irgendwie vergessen habe. Aber egal. Die seht ihr dann mal irgendwann anders. Das waren auf jeden Fall so die Sachen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Teil euch am besten gefällt. Also irgendwie merke ich gerade so, ich habe irgendwie alles gefühlt in schwarz gekauft. Schwarz ist einfach meine neue Mood. Was soll ich machen? Ich würde einfach mal sagen, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und das war es dann heute von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.